Polo 6N oder? 86C und 6N, die haben das gleiche Getriebe. Nadellager kaputt. Mit Sicherheit. Du hast das irgendwie gewechselt? Das ist ähnlich aufgebaut wie hier. Schwarzen Deckel ab, Gangrad ab, dann bist du schon dran. Du kannst dem eingebauten Auto machen. Das ist wie ein Haufen Federn. Jens. Bei dem Polo-Getriebe, da verwecken sie ja gerne die Nadellager da drin. Das hat sowieso schon mit den meisten Öl Stand da drin, da hat nicht 3 Liter Öl drin.